In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch der Bielstein B3 Luftfeder an der Hinterachse der Mercedes-Benz M-Klasse W164. Halten Sie sich an die im Film gezeigten Anweisungen. Erneuern Sie Luftfedern immer paarweise. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers, wie etwa zur Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern sowie die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedern ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit der neuen Luftfedern. Nehmen Sie die Luftfeder aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass sie weder verdreht noch beschädigt ist und die Rollfalte erhalten bleibt. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Vor dem Ausbau der Luftfeder wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung, dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Überprüfen Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Demontieren Sie die Räder. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie die Luftfeder vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten an der Luftfeder stets den Zündschlüssel ab. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Reinigen Sie den Druckleitungsanschluss oben an der Luftfeder. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck vollständig abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Drücken Sie den Halteklip der Luftfeder mit einem geeigneten Werkzeug vom Fahrzeugboden ab. Schieben Sie die Luftfeder in der Länge etwas zusammen und heben Sie diese seitlich vom Querlenker. Die Luftfeder kann nun entnommen werden. Der Einbau der neuen Luftfeder erfolgt analog zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge. Erneuern Sie den Halteklip der Luftfeder am Fahrzeugboden. Entfernen Sie den Sicherheitsaufkleber erst unmittelbar vor der Montage. Achten Sie bei der Montage darauf, die Luftfeder nicht zu verdrehen. Setzen Sie die neue Luftfeder mit der Ausbuchtung in die Zentrierung des unteren Querlenkers ein und überprüfen Sie den korrekten Sitz der Luftfeder. Lassen Sie die Luftfeder am Halteclip hörbar einrasten. Lösen Sie die Verschlussschraube am Druckleitungsanschluss der Luftfeder und entfernen Sie diese vorsichtig. Entnehmen Sie den mittig eingesteckten Halter des Schneidrings. Erneuern Sie die Verschlussschraube und den Schneidring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Schneidrings. Montieren Sie die Druckleitung an der Luftfeder. Beachten Sie bei der Montage unbedingt das vom Fahrzeughersteller vorgegebene Drehmoment. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebereinrichtung ab. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Befüllen Sie die Luftfeder mit dem Diagnosegerät nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebereinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens zwei Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf Serienhöhenstand ab. Aktivieren Sie den Hebemodus des Fahrzeugs. Warten Sie bis sich das Fahrzeug selbstständig von der Hebereinrichtung anhebt. Erst danach ist ein vollständiges Ablassen der Hebereinrichtung zulässig. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017